Er hat heute schon gesagt, es geht um den letzten Teil oder einer der letzten Teile. Es kommen nachher noch ein paar Predigen. Und zwar geht es um 1. Timotheus 5, die Verse 12 bis 14 heute. Aber ganz kurz zum Einstieg. Wir hatten letzte Woche einfach, dass wir da ein bisschen besser in das Thema heute eintauchen können. Hat Heinrich gepredigt und da ging es um den ersten Abschnitt in 1. Thessalonicher 5. Und zwar hat er über diese Stelle gepredigt und hat gesagt, Jesus hat gesagt, dass er wiederkommen wird. Und Jesus hat gesagt, dass er eines Tages zurückkommen wird. Und auch Paulus geht darauf ein und sagt, wir müssen bereit sein als Christen. Als gläubige Menschen an Jesus wissen wir, dass er wiederkommt und wir dürfen bereit sein. Und letzte Woche hatte Heinrich die Aufstellung gemacht, wie es ungläubigen Menschen gehen kann und wie es eben gläubigen Menschen gehen kann. Und heute sind die folgenden Stellen nachher, die kommen. Und wir möchten da einfach eintauchen ein bisschen in das Thema Heiligung. Das bedeutet in das Thema, wie geht denn das jetzt, dass ich mich bereit machen kann für eine Wiederkunft von Jesus? Was heißt das praktisch und was muss ich da überhaupt machen als Christ? Und ich habe mir heute wegen diesen drei Versen, um die es heute geht, die Frage gestellt, die ich auch über diese Predigt stellen möchte, gemeinsam zu einem Gemeinde leben? Extra aus Frage formuliert, weil ich glaube, wir müssen uns immer wieder fragen, ist denn jetzt Gemeinde, wie wir sie leben, richtig? Machen wir das so richtig? Wir Christen müssen uns auch immer wieder unter ein korrigierendes Wort stellen von Gott. Nicht, weil wir irgendwie zu schlecht wären oder so, sondern einfach, weil wir Menschen sind und immer wieder Wege gehen, die nicht gerade die richtigen sind und Gott uns einfach immer wieder korrigieren möchte. Und deswegen heute die Frage, gemeinsam zu einem Gemeinde leben? Ich habe mir für die Predigt heute echt viele Gedanken gemacht, wie ich euch das bildlich mitgeben kann. Daher sind nicht so viele Verse, sind es mir wichtig, dass wir das praktisch verstehen können und eine Verknüpfung haben dazu, die wir irgendwo vielleicht in unserem Alltag wiederfinden. Und ich habe mir da echt ein bisschen den Kopf zerbrochen. Aber ich möchte starten, indem ich die ersten beiden Verse von 1. Thessalonicher 5, Vers 12 bis 13 vorlese. Und zwar geht es heute um diese Stelle, da sagt Paulus, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes Willen. Lebt in Frieden miteinander. Das sind die beiden Verse heute und ich möchte euch direkt mit reinnehmen in dieses Bild, mit dem ich das vergleichen möchte. Und zwar geht es heute um Mannschaftssport, Teamsport. Jeder von euch kennt bestimmt irgendeinen Teamsport. Da gibt es zum Beispiel Fußball, Basketball, Baseball, vielleicht Sachen wie Volleyball, die irgendwie ein bisschen anders sind. Oder sogar, wenn jemand gar nichts mit diesen Sportarten anfangen kann, gibt es zum Beispiel noch Synchronschwimmen, was auch ein Teamsport ist. Aber ich möchte euch heute ein bisschen hineinnehmen in das Thema, was mich selber beschäftigt. Football. American Football. Ich möchte euch das ein bisschen erklären und möchte euch das mit in diese Bibelstelle hineinnehmen, weil ich glaube, es passt einfach extrem gut in unser Leben hinein. Und wichtig ist beim Football, wir werden das sehen bei jedem Teamsport, dass jeder Sport als Teamsport eine ganz klare Leader hat. Also ein Leiter, ein Käpt'n, der sagt, wo es lang geht, der weiß so ein bisschen, auf was müssen wir gucken, der weiß, was gerade in der jetzigen Situation so das Beste ist und der einfach jedem so ein bisschen noch einen Tipp mitgeben kann und so weiter. Das ist die erste Sache, die im Teamsport sehr wichtig ist. Und die zweite Sache ist, dass wir eine Statistik haben und eine Strategie dazu. Also wir wissen, es ist wichtig, das so und so zu machen. Jeder weiß Bescheid, wie das gehen muss. Jeder weiß, was seine Aufgabe ist. Das sind die zwei wichtigsten Dinge im Teamsport. Und dafür habe ich euch ein Bild mitgebracht von einer Aufstellung von American Football. So sieht das aus, wenn die anfangen zu spielen. Und ich erkläre euch jetzt einfach mal ein bisschen die Personen, die natürlich selber Football gucken oder selber spielen, die wissen das schon. Ihr könnt das nochmal mich korrigieren oder für euch nochmal mitnehmen. Da gibt es diesen einen Typen. Ganz hinten stehen zwei Leute. Und der vor diesen zwei Leuten, das ist eigentlich der wichtigste Mann auf dem Feld. Das ist der Leiter, der Leader, der Captain, der Quarterback im Football. Also das ist der Mann, der kriegt als erstes den Ball zugespielt und dann hat er zu entscheiden, was machen wir jetzt? Was passiert jetzt? Und dann ist da ganz vieles Verschiedenes. Und wichtig bei diesem Sport ist, dass sie als Team auftreten. Dass jeder weiß, was er zu tun hat und dass jeder auch das macht, was er zu tun hat. Hier haben wir zum Beispiel in der vorderen Linie etwa fünf Leute. Das sind die schweren Jungs, die stehen da, die blocken ab. Die sind dafür zuständig, dass die Gegner nicht so schnell zu diesem Quarterback, zu diesem Leiter hinkommen, um denen ein bisschen Zeit zu verschaffen. Um die schlimmste Welle vom Angriff, diese harten Aufschläge ein bisschen abzublocken, abzuwehren, damit der ein bisschen gucken kann, die Strategie verfolgen kann und so sich ein bisschen Überblick verschaffen kann. Wir haben auf der ganz linken Seite von dieser Reihe von Männern zwei Leute, die laufen. Die werden hinter die feindlichen Linie laufen, verschiedene Figuren laufen oder Wege laufen, damit der Quarterback den Ball zum Beispiel an die passen kann. Auf der rechten Seite ist auch so einer und dann hinter dran die beiden Leute, die ganz hinten stehen in Rot, das sind sogenannte Running Backs. Das heißt, die stehen zur Verfügung, falls der Quarterback, der Leiter, sagen möchte, wir laufen den Ball, weil die sind nicht frei. Dann hat er die Möglichkeit, einem von denen hinten den Ball in die Hände zu drücken und der läuft nach vorne. Und so läuft Football. Das Ziel natürlich beim Football, Punkte zu machen, nach vorne zu kommen. Wenn jetzt hier einer sagt, unsere Statistik passt mir nicht und unsere Art und Weise, die Strategie, wie wir das machen, finde ich auch nicht ganz so toll. Ich mache heute was anderes. Statt dass ich blocke, einer der schweren Jungs, der geht jetzt heute Wasser tragen und sorgt dafür, dass alle Spieler Wasser kriegen. Dann haben wir eine Lücke da vorne drin. Und was passiert? Alle Gegner gehen durch diese Lücke zu diesem Typen, zu diesem Mann, der Quarterback, der als erstes den Ball kriegt und er wird gefällt. Direkt. Hat keine Chance. Es funktioniert nicht. Das ist das eine. Oder das andere. Wenn einer entscheidet, ich habe keinen Bock, das zu machen, was mein Leiter mir sagt, was der Quarterback mir sagt, dann funktioniert das auch nicht. Wenn der da hinlaufen soll, damit der Quarterback weiß, da muss ich hinpassen und er läuft nach links, dann funktioniert das Ganze nicht. Und dann können sie keinen Punkt machen, dann können sie nicht vorwärts kommen als Team. Und ich weiß, es ist ein bisschen ein interessanter Vergleich, aber es ist der Vergleich, den ich heute in dieser Predigt ziehen möchte, zu dem Gemeindeleben bei uns. Vielleicht denkst du jetzt so, ja, passt irgendwie nicht. Ich möchte dir erklären, wie ich das verstehe. Und zwar ist für mich in dieser Stelle Vers 12 und Vers 13 ganz klar die Rede von unseren Ältesten in der Gemeinde, von unseren Leitern. Wir können die verstehen als dieser Quarterback, dieser Mann, der als erstes den Ball kriegt und der einfach die wichtigste Aufgabe hat. Der Leiter, der Käpt'n eines Teams hat immer der Erste zu sein auf dem Feld. Hat immer der zu sein, der als erstes zum Training kommt und als letztes wieder nach Hause zu geht. Der ist der, der die Übersicht behalten muss. Es ist auch der Mann auf dem Feld, von dem immer gefordert wird, dass er gute Laune hat, dass er motiviert ist. Was passiert, wenn der Typ selber nicht motiviert ist? Dann sind alle faul, dann haben alle keine Lust. Was passiert, wenn er motiviert bleibt und einer irgendeines auf den Deckel gekriegt hat? Dann sagt der Leiter zu dem, ey, komm schon, jetzt schaffen wir das wieder, jetzt reiß dich zusammen, wir machen nochmal einen Punkt, okay? Und so kann der Leute motivieren. Aber wenn er selber nicht motiviert ist, läuft das Ganze nicht. Und genau so funktioniert das bei uns in der Gemeinde. Wenn wir als Gemeindemitglieder da sind und mal nicht ganz so fit sind, mal einen draufgekriegt haben, mal nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht. Ja, Gemeindeleben ist jetzt nicht ganz so krass, dass wir auch mit Helm und Zahnschutz und so weiter, wie die Football-Spieler rumlaufen müssen. Aber manchmal gleicht es dem ein bisschen. Und wir haben vielleicht mal Schwierigkeiten. Dann sind die Ältesten da, die als Leiter auf uns aufpassen. Und ich habe hier aus diesen zwei Versen, die wir haben, aus 12 und 13, die Verse so ein bisschen aufgedröselt und gesagt, was sind denn die Aufgabenverteilungen bei uns? Und ich habe auf der linken Seite die Aufgaben der Ältesten aufgeschrieben, wie wir sie aus diesen Versen nehmen. Und auf der rechten Seite unsere Aufgaben als einfach Teilnehmer der Gemeinde und Mitglieder der Gemeinschaft. Und wir sehen schon nur, dass Gleichgewicht ist ähnlich wie beim Sport. Die Ältesten haben schon nur mehr Aufgaben, als wir sie eigentlich schon grundsätzlich haben. Wir können uns sehr in diese Aufgaben vertiefen. Ich habe sie hier ein bisschen aufgeschrieben. Es geht darum, dass die Ältesten an uns arbeiten. Und ich denke, ich spreche für jeden von uns, wenn ich sage, manchmal mögen wir es nicht, wenn uns gearbeitet wird. Wenn jemand uns sagt, hey, so wie du das lebst, geht das nicht. Es tut erst mal weh. Man ist stolz, will das nicht hören. Man will sich vielleicht gar nicht so sehr reflektieren oder verändern. Und bisher hat es einem gar nicht gestört. Und ich will mir nicht sagen lassen, dass jetzt einer kommt und denkt, er wäre was Besseres als ich. Aber um das geht es gar nicht. Das ist die Aufgabe der Ältesten, die sie haben. Gott hat sie eingesetzt, um genau diese Funktion an uns zu tun. Des Weiteren, sie stehen uns vor. In dieser Stelle geht es darum, sie stehen uns vor im Herrn. Das heißt, die Ältesten haben die Aufgabe, die Lehre zu überprüfen in einer Gemeinde. Sie haben die Aufgabe, darauf aufzupassen, dass das Richtige von hier vorne gesagt wird. Ich habe es in der ersten Predigt schon gesagt und ich bin froh, dass ich nochmal predige. Hätte Arthur was Falsches festgestellt in der ersten Predigt, dann würde ich nicht mehr hier stehen. Weil es seine Aufgabe wäre zu sagen und heute redest du nicht mehr über dieses Thema. Aber es geht auch darum, dass sie für uns beten. Dass sie vor Gott kommen mit unseren Anliegen. Dass sie eintreten vor Gott für uns. Und das ist eine Aufgabe, die Gott den Ältesten gegeben hat, die sehr schwer wiegen kann. Die dritte Aufgabe, die ich hier hingestellt habe, geschrieben habe, die heißt in der Bibel, sie weisen euch zurecht. Und jetzt ganz ehrlich Leute, Zurechtweisung ist kein Wort, was schön klingt, oder? Ja, ich wurde zurechtgewiesen. Das ist so, ich habe einen Mist gebaut und ich habe richtig einen ZS gekriegt, Zusammenschiss gekriegt. Das funktioniert nicht, aber eigentlich ist Zurechtweisung ein ganz anderes Wort. Und deswegen habe ich so aufgeschrieben. Sie weisen uns den Weg. Weil zurecht zu weisen bedeutet, ich bin vom Weg abgekommen. Ich mache etwas, was nicht so korrekt und nicht so richtig ist. Und die Ältesten haben die Aufgabe, mich in diesem Moment abzufangen und mir zu sagen, hey, nicht da ist das Ziel, sondern da hinten ist das Ziel. Richte dich wieder aus. Lauf in die richtige Richtung. Guck auf das richtige Ziel. Das muss nicht immer negativ sein für uns. Ich glaube, wir Menschen, wir verstehen Kritik sehr schnell sehr negativ an uns persönlich, weil wir es persönlich nehmen. Aber ich glaube, was es in der Gemeinde angeht, gerade wenn wir zum Beispiel den letzten Teil von Vers 13 lesen, da steht, lebt im Frieden miteinander, dann ist es in erster Linie darauf bezogen, dass sie uns das Gute wollen. Dass wir einander lieben sollen, nicht in der Art und Weise, wie es in der Welt praktiziert sind, sondern dass wir eine Familie sind, dass wir Fürsorge haben füreinander, dass uns wichtig ist, dass es dir und mir gut geht, dass wir miteinander auskommen. Und so haben die Ältesten diese Aufgaben von Gott bekommen, an uns zu tun. Und da sagt Paulus nicht, weil wir es nicht sowieso machen würden, sondern er sagt, bitte macht es und haltet es euch in Erinnerung. Deswegen schreibt er es hier an die Thessalonicher. Vergesst nicht, eure Ältesten anzuerkennen als das, was sie sind und zu achten. Erstens für die drei Sachen, die ich eben erwähnt habe, für die Aufgaben, die sie von Gott an uns haben. Und zweitens aber auch, ich will hier kurz aus dem Titus vorlesen, aus dem Titusbrief, ich habe die Stelle hier aufgeschrieben, Titus 1, Verse 5 bis 9. Das ist der sogenannte Anforderungskatalog an einen Ältesten. Und ich möchte euch das vorlesen, um euch das einfach vor Augen zu führen. Paulus schreibt dazu, Titus, er soll aufpassen, er soll gucken, wer von den Männern in der Gemeinde in Greta, wo er ihn zurückgelassen hat, das kann. Und dann sagt er ab Vers 6, wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Ein Aufseher muss untadelig sein. Also ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jezornig, nicht Ertrunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig und beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht. Denn damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Entschuldigung. Also diese Aufgabe der Ältesten ist nicht nur das, was ich eben vorgelesen habe. Das in Titus ist schon die Anforderung, die Gott hat. Gott sagt in seinem Wort, die Ältesten sind nicht irgendwelche normalen 0815 Christen, die mal gläubig sind und mal nicht gläubig sind. Mal gute Zeiten und mal schlechte Zeiten haben, die mal super heilig sind und immer beten oder gar nie beten. Er sagt, das sind besondere Menschen. Das sagt Gott über die Ältesten. Und er sagt, deswegen habe ich sie ausgesucht und in eurer Gemeinde eingesetzt. Gott hat Älteste eingesetzt. Das ist nicht etwas, was wir Menschen entschieden haben, weil wir unsere Ältesten so toll finden, sondern das hat Gott gemacht. Und ich persönlich finde, unsere Ältesten haben ein bisschen Wertschätzung verdient, schon nur für diesen Katalog alleine. Zu sagen, wow, ja, Gott sieht in dir diese Sachen, die er in Titus und in anderen Versen in der Bibel beschreibt. Und eigentlich ist das was Besonderes. Und eigentlich sollte ich mir persönlich eine große Scheibe von diesen Sachen abschneiden, die unsere Ältesten haben. Und das ist eine starke Leistung, das zu tun. Gott sagt aber auch nicht, dass die Ältesten Überflieger und Superchristen sind, die nur immer alles perfekt machen, sondern das sind Menschen wie du und ich. Das sind die Menschen, die mal fehlen. Das sind Menschen, die mal sündigen. Das sind Menschen, denen es mal nicht gut geht und mal besser geht. Aber sie haben eine wichtige Aufgabe. Und ich möchte, dass ihr, wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, mal die Frauen unserer Ältesten fragt, wie oft unsere Ältesten zum Beispiel zu Hause sind. Abends. Zeit für die Familie haben. Unsere Ältesten setzen sich ein. Und deswegen ist es nur recht, sie auch aus unserer Ältesten anzuerkennen. Und zu sagen, ja, diese Stellung hast du von Gott bekommen. Und ich achte dich dafür. Und wenn du mir vielleicht so etwas sagst, was mein Stolz ein bisschen kränkt oder mich zurecht weist, dann kann ich das vielleicht auch ein bisschen besser annehmen, wenn ich dich achte als Ältester. Das ist unsere Aufgabe in erster Linie. Achtung haben vor einem Ältesten. Ich habe mir aufgeschrieben, Achtung, jemandem Achtung beimessen, ist einen großen Wert ihm geben oder mit Respekt behandeln. Und als ich so über diese Stelle nachgedacht habe, ist mir im Alten Testament, weil ich diese Stelle auch sowieso ein bisschen durchgegangen bin, die Leviten aufgefallen. Und ich möchte das vergleichen mit den Ältesten, die wir heutzutage haben. In 4. Mose 18 wird unter anderem über die Leviten beschrieben. Und ich möchte für die von euch, die nicht wissen, was die Leviten sind, einen ganz kurzen Exkurs machen, um euch das zu erklären. Und zwar bestand das Volk Israel früher im Alten Testament aus verschiedenen Stämmen. Das heißt, verschiedenen Abstammungen. Also wenn ihr die Geschichte lest, dann versteht ihr das auch. Also lest auch die Bibel bitte. Aber das ging darum, dass sie nach der Wüstenwanderung in das Land eingezogen sind, was Gott ihnen verheißen hat. Und in dem Moment hat Gott gesagt, ich teile das Land unter den Stämmen auf, dass jeder seinen Ort hat im Land. Und ihr kennt so das Land Israel vielleicht ein bisschen zu länglich. Und Gott hat gesagt, jeder hat so seinen Platz in seinem Land, so wie Bundesländer, ich teile das ein, jeder hat so ein bisschen seine Heimat und so weiter, außer zu den Leviten. Bei den Leviten, Abstammung von Levi übrigens, hat er gesagt, ihr sollt kein Land kriegen. Ihr habt kein offizielles örtliches Zuhause im neuen Israel in Form von Eigentumsland. Ihr sollt das nicht kriegen. Gott sagt hier in 4. Mose 18, euer Zuhause soll die Stiftshütte sein, euer Land soll der Tempel sein. Dafür darf niemand von den Israeliten so nah an den Tempel wie ihr, also nicht so nah an Gott wie ihr, aber dafür habt ihr kein anderes Zuhause. Das war die Voraussetzung, Leviten zu sein. Die Leviten damals hatten auch nicht immer die einfachsten Leben, weil Gott hat sie eingesetzt für diese Stellung. Die haben sich nicht entschieden, haben gesagt, ja eigentlich Priesterdienst so ein bisschen an der Stiftshütte sein und so, das klingt eigentlich ganz cool, ein bisschen Opfern, jemand der gut Blut sehen kann und lecker Fleisch und so. Nein, so war das nicht. Das war Abstammung. Und genauso sehe ich das auch heute mit unseren Ältesten, die Gott eingesetzt hat. Klar, unsere Ältesten geben auch ihr Ja zu diesem Dienst, aber Gott sucht sich Menschen aus für seinen besonderen Dienst. Und die Leviten damals, die hatten nicht die Möglichkeit, viel zu arbeiten, um sich selber ein gutes Leben zu finanzieren. Die hatten kein eigenes Zuhause, also konnten sie keinen Ackerbau betreiben. Also konnten sie auch nicht die Tiere haben zu Hause, die sie gerade Bock hatten und nicht das anbauen, was sie gerade Lust hatten und so weiter. Und so hat Gott diese Regeln aufgestellt. Und ich möchte Vers 21 zitieren, denn da steht, Gott hat also gesagt, weil ihr diese Entbehrungen erlebt, weil ihr bereit seid, mir zu dienen und dadurch nicht ganz so viel privates, cooles Eigentum habt, will ich euch diesen Zehnten geben. Und Israel, das Land, war verpflichtet, dazu diesen Zehnten abzugeben. Das war nicht das Letzte, was auf dem Konto war, sondern das war immer das Erste. Das beste Schaf musste als Zehnten an Gott abgegeben werden. Die Erstlingsgeburt musste an Gott abgegeben werden. Die erste Ernte musste an Gott abgegeben werden und so weiter. Also das Beste von deiner Ernte, das Beste von deiner Arbeit ist als erstes den Dienern Gottes zugemessen worden und abgegeben worden. Und da frage ich mich manchmal, wie sieht das heute bei uns aus? Sind wir bereit, das Beste von uns an die abzugeben, die an uns Dienst verüben, die für uns eintreten bei Gott, die sich die Zeit nehmen, die Gemeinde zu stärken, vorwärts zu bringen, sich Gedanken zu machen über dich und über mich, zu fragen, hey, wie geht es dem gerade? Müssen wir dem helfen? Können wir für ihn beten? Das ist der Dienst unseren Ältesten. Und deswegen sagt Paulus hier in dieser Bibelstelle, wir sollen sie achten und sie anerkennen. Und das ist etwas sehr Wichtiges, denke ich, weil Gott das so eingesetzt hat. Und weil das auch immer wieder die Liebe Gottes widerspiegelt und immer sagt, wenn ich jemanden für mich einsetze und arbeiten lasse, dann möchte ich auch, dass es ihm gut geht. Also das sagt Paulus in den ersten beiden Versen. Jetzt komme ich zurück. Wie ist denn das jetzt beim Football und bei uns? Wie geht denn das jetzt eigentlich zusammen? Was hat das jetzt zusammen zu tun? Vielleicht versteht ihr das inzwischen, aber wenn nicht, möchte ich es euch gerne nochmal erklären. Wir sind ein Team zusammen. Wenn ich nicht ganz so toll finde, was Arthur mir sagt, dass er sagt, hey, du als Jugendleiter, du solltest vielleicht mal darauf ein bisschen Acht geben oder so, und ich das nicht so toll finde, dann widersetze ich mich persönlich einem Befehl von meinem Leader, von meinem Quarterback im American Football und sage, nö, ich habe jetzt keine Lust da lang zu gehen, wo er mir gesagt hat, ich gehe einen anderen Weg. Was passiert? Wir kommen nicht vorwärts. Wir kommen nicht zum Ziel als Gemeinde. Wenn wir die Strategie verfolgen, gemeinsam als Gemeinde vorwärts zu gehen und sagen, hey, das ist unsere Fahrtrichtung, das ist unsere Theologie in dem Fall oder unsere Art und Weise, wie wir Menschen begegnen, wie wir Gottesdienst führen und ich das nicht so toll finde, dann hast du keinen Platz hier in der Gemeinde. Und das ist hart. Und der eine oder andere sagt vielleicht, nö, das stimmt nicht, aber das stimmt. Wenn Gott unsere Ältesten eingesetzt hat und wenn du an Gott glaubst und sagst, ja, Gott hat unsere Ältesten eingesetzt und nicht zufrieden bist mit der Laufrichtung, die unsere Ältesten vorgeben und gehen, und ich gehe davon aus, dass unsere Ältesten mit Gott im Gespräch sind, also haben sie von Gott die Bestätigung für diesen Weg und ich finde das nicht okay, dann muss ich mir meine eigene Gemeinde gründen. Dann habe ich keinen Platz in so einem System. Weil genauso funktioniert es im Sport. Wenn du das Gefühl hast, du weißt es besser als deinem Käpt'n, als deinem Leiter im Sport, entweder zeigst du ihm, dass du wirklich besser bist und du es wirklich besser kannst und weißt, aber ganz ehrlich, Leute, das wird bei uns nicht passieren. Weil wenn unsere Ältesten mit Gott im Austausch sind und von Gott einen Weg vorgeschrieben bekommen haben, dann werden sie denen unter Gottes Segen gehen und wenn du jetzt das Gefühl hast, du weißt es besser und könntest es anders machen, dann musst du ihnen das erstmal von der Bibel her beweisen. Und im Sport, was passiert mit einem, der sagt, ey, Käpt'n, du machst das eh doof, ich kann das eh besser, ja, dann hast du vielleicht ab morgen keinen Platz mehr. Dann bist du vielleicht nicht mehr in der Startaufstellung. Du spielst nicht mehr mit in der Liga. Die haben keinen Bock mehr auf dich als Team, weil du alles kaputt machst. Das ist Football im Vergleich dazu, wir hören auf unseren Leiter. Also im ersten Punkt ist es mir besonders wichtig geworden, zu zeigen, dass wir als Team funktionieren können, wenn wir uns an unseren Leiter und an unseren Käpt'n halten. Wenn wir bereit sind zu sagen, ja, du hast große Verantwortung, auch mich darunter zu beugen und zu sagen, ich gehe unter dir und ich gebe mein Bestes unter dir, weil ich vertraue, dass du mit Gott im Reinen bist. Für den zweiten Punkt, für den Vers 14, möchte ich noch ein bisschen mehr auf uns als Team eingehen. Und zwar geht es da um 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Ich lese den auch wieder vor, denn da steht, Was für ein Katalog. Erst mal die Ältesten achten und anerkennen, befolgen, was sie sagen und jetzt noch mit den anderen richtig umgehen. Ist ja eigentlich gar nicht so schwer, oder? Es sind vier Punkte, die hier aufgezählt werden in diesem einen Vers, die auch gar nicht so schwierig sind zu tun. Aber ich möchte direkt nochmal auf das sportliche Ereignis eingehen. Und zwar habe ich hier nochmal so einen Strategieplan vom Football genommen. Und ich möchte jetzt darauf eingehen, was du und dein Nebenmann in der Gemeinde für eine Rolle spielt. Und wir sehen hier so einen Plan wie ein Play, nennt man das im Football, also bis wir einen Schritt weiter gekommen sind, funktionieren könnte. Wir sehen die Kreise unten, das sind die einzelnen Leute, das bist du und das bin ich. Die einen, die direkt ein X vor sich haben, haben die Aufgabe, den zu blocken, zu gucken, dass da keiner durchkommt. Und die, die Linien haben, die müssen da langlaufen. Und da gibt es so verschiedene Aufgaben. Und so hat jeder Punkt, jeder Kreis, jede Person eine Aufgabe. Und wisst ihr was? Es funktioniert nur, wenn jeder das macht, was er soll. Und auch hier, wenn du sagst, ich will lieber nicht der hier sein, sondern ich will lieber der rechts sein, der läuft. Und du stehst da und hast eine Aufgabe und spazierst darüber, machst was anderes, was passiert auf der Seite? Ist wieder eine Lücke offen. Kann wieder einer durchkommen. Funktioniert wieder nicht. Wir bleiben stehen, wir kommen nicht vorwärts und so weiter. Also jeder von uns hat im Team eine wichtige Aufgabe. Und hier in der Bibelstelle redet Paulus darüber, dass es darum geht, einander zu tragen. Die Schlagworte sind verwarnt. Das ist das Einzige, was so ein bisschen negativ erklingen könnte. Tröstet, nehmt an und seid langmütig. Das sind die Aufforderungen, die Paulus gibt. Das ist der Strategieplan, den uns Gott gibt für unser Team als Gemeinde. Und das Verwarnen ist übrigens gar nicht so negativ zu verstehen. Denn verwarnen kann man jemandem auch extrem positiv. Ich habe für euch da gleich ein Beispiel. Also wenn wir bereit sind, zum Beispiel jemanden zu ermutigen, jemanden uns anzunehmen, dann können wir so aussehen. Dann können wir hier der Typ sein auf der linken Seite, der im Football einen richtigen Block setzt. Das bedeutet, der Typ auf der rechten Seite, der hat gerade den Ball, der versucht da durchzulaufen. Und die Aufgabe von dem links ist, den anderen, den Gegner aufzuhalten, damit mein Kumpel nochmal vorbeiziehen kann und nochmal ein paar Meter weitergehen kann. Also, dass wir noch mehr Fortschritte machen können. Und da ist es meine Aufgabe, dem zu helfen, der es vielleicht selber nicht schafft. Weil der muss gerade gucken, dass er rennen kann, dass er den Ball festhält und dass er vorwärts kommt. Und wenn er noch von zwei Seiten eine drauf kriegt, dann kommt er nicht weit. Und genau so hat sich das Gott auch in der Gemeinde vorgestellt. Und ich habe hier aufgelistet, die vier Aufgaben, die wir haben als Gemeindemitglieder untereinander. Das geht in erster Linie um das, was ich gesagt habe. Das Verwarnen für Unordentliche. Und jetzt, Jugendliche, ganz ruhig, es geht nicht darum, dass euer Zimmer unordentlich ist und eure Eltern euch verwarnen, dass ihr aufräumen müsst, sondern es geht ums Leben. Ordnung im Leben bedeutet Struktur im Leben. Ordnung im Leben bedeutet, mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Bedeutet, habe ich eine Beziehung mit Gott? Weiß ich überhaupt, wer Gott ist? Rede ich mit Gott? Wie sieht es denn aus? Wie gehe ich mit meinen Nachbarn um? Wie gehe ich in der Schule mit meinen Kumpels um? Wie verhalte ich mich auf der Arbeit? Habe ich mein Zeitmanagement im Griff vom Tag? Bin ich einer, der nur am Arbeiten ist und keine Zeit hat für meine Familie oder für meine Beziehung zu Gott? Oder bin ich als Mutter so auf meine Kinder versessen, dass ich meinen Mann komplett vergesse? Das ist Ordnung oder Unordnung im Leben. Oder will ich nur Sport machen und nur draußen rumhängen und mich nicht auf die Dinge konzentrieren, die mich weiterbringen im Leben? Ich habe da diese Stelle von Galater 6, möchte ich euch vorlesen, weil da wird das Wort der Verwarnung nochmal viel besser ausgedrückt. Es geht nicht darum, dass Verwarnung negativ sein muss. Ich sage das nochmal. Verwarnen kann sehr angriffig wirken für jemanden. Wenn ich dir sage, ich verwarne dich, dann ist das etwas Krasses, wie zum Beispiel, wenn man eine gelbe Karte oder eine rote Karte sieht. Das ist ein extremer, ich konfrontiere dich mit etwas Schlechtem. Aber Jesus sagt, zum Beispiel auch Paulus hier in Galater 6, Vers 1, sagt er, das muss gar nicht was Negatives sein. Ich lese euch das, da steht, Brüder, Wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Also hier geht es um einen geistlichen Fehltritt, den sich jemand geleistet hat. Gar nicht bewusst. Es ist etwas Dummes passiert. Ich habe mir etwas geleistet, was nicht okay war. Und wenn du das siehst, dass mir das passiert ist, dann ist es deine Aufgabe, zu sagen, hey, ganz ruhig, da ist was schief gelaufen. Ist okay, wir kriegen das wieder hin. Komm, guck wieder auf das Ziel. Glaub den Lügen nicht, die der Teufel dir auftischt. Guck zu Jesus. Das bedeutet Verwarnen in biblischer Hinsicht. Das ist mit Liebe. Und bei dieser Stelle möchte ich dich fragen, vielleicht bist du schon länger im Glauben, vielleicht auch nicht, aber wie geht es in deinem Glaubensleben? Bist du schon weit vorwärts gekommen? Würdest du dich in diesem Vers in Galater jemand bezeichnen, der geistlich weit ist, der schon gereift ist, der viel gelernt hat im Glauben und viel erlebt hat, der stark geworden ist, der vielleicht viel über die Bibel weiß oder viel weiß anzuwenden. Oder stufst du dich vielleicht eher ein, als jemand, der sich eher als Schwäche einstufen würde, der vielleicht Mühe hat, immer wieder klarzukommen mit den Dingen, die Jesus sagt. Ja, da wird gepredigt von einander annehmen, aber wie geht das überhaupt? Ich habe keine Ahnung und ich verstehe die Bibelstelle nicht. Jetzt weiß ich nicht, an welcher Stelle du dich einstellst und einstufst, aber das ist okay, weil beide Stufen sind normal. Und Gott sagt hier in der Gemeinde, wenn du jetzt einer bist, der schwächer ist, dann gibt es einen anderen, der geistlich weiter ist und der dir weiterhelfen kann. Da haben aber beide Leute eine Aufgabe. Also es geht in erster Linie darum, dass der, der sich geistlich stark fühlt oder der es ist, dem eine Übertretung auffällt, dass der zum anderen hingeht und sagt mal, ey, guck mal, ich möchte dir weiterhelfen. Ich weiß, da ist nicht alles richtig gelaufen, bei mir läuft auch vieles falsch. Aber ich habe gedacht, ich greife dir unter die Arme, weil nur zusammen kommen wir weiter. Teamdenken. Und du, der du vielleicht geistlich noch nicht so weit bist oder diese Übertretung getan hast, wirst hier in dieser Bibelstelle in Galater 6 aufgefordert, zu sagen, ja, okay, ich habe was falsch gemacht und ja, ich weiß, dass ich nicht immer alles hinkriege und ich nehme diese Hilfe an. Ich verstehe dein Auf-mich-Zukommen und dein Verwarnen nicht in Form von, du greifst mich an, du verletzt meinen Stolz und du hast mir überhaupt nichts zu sagen, sondern ich will es verstehen als, wir kommen als Team weiter. Und wenn du mir hilfst zu trainieren, dann werde ich stärker und dann komme ich weiter und dann geht es mir besser. Der zweite Punkt, den Paulus hier aufzählt, tröstet Kleinmütige. Das weiß ich nicht. Jugendliche, was heißt kleinmütig? Die gerade aufgewacht sind, es geht um das Wort kleinmütig. Kleinmütig kann bedeuten, ich fühle mich nicht richtig. Ich bin jemand, der es nicht wert ist, diese Aufgabe zu machen. Ich habe Angst, obwohl ich es eigentlich kann. Ich habe Verlust- und Versagensängste. Ich bin jemand, der mir nicht zutraut, dass ich sowas überhaupt je machen könnte. Kleinmütig heißt, zu klein zu denken. Und wenn Gott dir eine Aufgabe gegeben hat, dann hat sie Gott dir gegeben. Dann brauchst du nicht kleinmütig zu sein. Aber es ist normal, dass das bei Menschen immer wieder passiert. Dass das immer wieder passiert, dass wir denken, wir schaffen es nicht. Mann, ich habe es letzte Woche schon nicht geschafft, mich reinzuhalten. Ich habe es schon wieder nicht geschafft, meiner Frau richtig zu begegnen. Ich habe es schon wieder nicht geschafft, mit meinen Kumpels oder mit meiner Familie richtig umzugehen. Und dich nervt das vielleicht. Und vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, ich verzweifle langsam. Ich weiß nicht mehr, soll ich es überhaupt noch versuchen? Dann bist du als Kleinmütiger angesprochen, bereit zu sein, dass jemand kommen darf und dich trösten darf. Und wenn dir auffällt, dass heute jemand kleinmütig ist, dann darfst du ihn trösten. Und dann ist es deine Aufgabe, hinzugehen und zu sagen, es ist okay. Es ist okay, Fehler zu machen. Es ist okay, mal im Leben nicht klarzukommen. Jesus erwartet nicht von uns, immer perfekt zu sein und den Weg immer straight und vorwärts und vorwärts und auf Power und so. Das erwartet Jesus gar nicht von dir und von mir. Ich darf dich trösten. Und beide haben eine mega krasse Aufgabe, Leute. Und wenn du heute hier bist, der du angesprochen bist in der ersten Linie, dass du verwarnen, trösten, annehmen oder sogar langmütig sein sollst, dann ist es deine Aufgabe. Und wenn du heute hier sitzt und denkst, jo, eigentlich bin ich, der ein Problem hat und auf den jemand zugehen müsste und ich brauche Hilfe, dann ist es genauso eine Aufgabe für dich, die Hilfe anzunehmen. Vielleicht auch mal anzufragen, ob dir jemand helfen kann, weil, sind wir ehrlich, seit Corona kennen wir uns vielleicht nicht mehr ganz so gut und wir sehen nicht mehr ganz so gut, was in dem Leben von jedem Einzelnen abgeht. Dann ist es umso wichtiger, auch mal zu sagen, ich habe ein Problem. Kannst du mir bitte helfen? Ich weiß gerade nicht, wie ich weiterkomme in dieser Situation. Und wenn Jesus und Paulus hier auch so oft sprechen von Schwachsein, von Fallen, von Weinen, dann ist es auch okay, wenn wir als Christen das mal erleben. Und das ist nichts, wofür wir uns schämen müssen. Der dritte Punkt, nehmt jemanden an, der schwach ist. Was bedeutet Schwachsein überhaupt? Habt ihr schon mal einen Tag gehabt, wo ihr schon am Morgen beim Aufstehen gedacht habt, ist mir jetzt schon alles zu viel. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie ich alles bewältigen soll, was heute den ganzen Tag auf mich aufpassen wird. Was kommen wird, die mich ansprechen werden. Ich habe jetzt schon keine Kraft mehr, für meine Kinder da zu sein. Ich habe jetzt schon keine Lust und keine Kraft mehr, überhaupt aufzupassen und was aufzunehmen. Ich kann einfach nicht mehr. Und das schon am Morgen? Leute, das ist real. Und das ist nichts, wofür wir uns schämen müssen. Ich habe mich in dem Moment vielleicht übernommen oder ich kenne mich noch nicht so gut, dass ich wüsste, wo meine Grenzen sind. Aber das ist normal und okay, mal schwach zu sein. Weil sonst bräuchte es nicht gesagt zu werden in der Bibel, oder? Und wenn du jemanden kennst, dem es so geht, dann bist du heute aufgefordert, wenn dir Gott jetzt jemanden aufs Herz legt, den nachher anzusprechen oder anzuschreiben oder anzurufen und zu sagen, hey, ich bin für dich da. Ich komme vorbei. Ich bringe Kaffee mit. Oder komm für den Kuchen zu mir nach Hause. Oder wir gehen irgendwo hin, mal spazieren. Dann ist es deine Aufgabe, die Person anzunehmen und nicht zu sagen, ja, ich fand übrigens nicht so cool, was du da gemacht hast. Und wenn du das Buch liest, finde ich auch nicht so cool. Und die Serie, die du guckst, ist auch nicht so toll. Und du solltest ja schon ein bisschen mehr Zeit mit Gott verbringen. Und so annehmen bedeutet, deine Klappe zu halten und einfach mal Zeit zu verbringen mit jemandem. Das brauchen Menschen, die gerade am Boden sind und die nicht mehr weiter wissen. Und dann ist da der letzte Punkt, seid langmütig. Und ich habe es extra zweimal hingeschrieben. Da gibt es keine andere Auflistung, als zu jedem langmütig zu sein. Dein besten Kumpel, das ist vielleicht gar nicht so schwer, zu sagen, ja, okay, ich gebe dir noch mal eine Chance. Ja, ich bin jetzt vielleicht kurz ein bisschen genervt von dir, aber das geht gleich wieder. Wie ist das mit jemandem, den du nicht magst? Und wenn wir ehrlich sind, wir verstehen uns nicht alle blendend hier in der Gemeinde. Wir haben unsere Probleme mit dem einen oder anderen. Wir sind nicht best friend mit jedem hier. Und trotzdem sagt Gott, sei langmütig. Das bedeutet, sei bereit, einen langen Atem mit diesem Person zu haben. Und wenn er noch mal denselben Mist raushaut wie letztes Mal, dann geh noch mal zu ihm hin und sag, ey, ich fand das noch immer nicht so toll. Und wenn er es morgen noch mal tut, dann geh noch mal zu ihm hin. Und wenn jemand einen Fehler macht und sagt, ey, Mist, ich habe da schon wieder denselben Fehler gemacht, auch wenn du ihn nicht leiden kannst, dann sagt Jesus, du sollst ihm vergeben. Siebenmal, siebzigmal an einem Tag vergeben, derselben Person. Das ist einen langen Atem haben. Und wenn ich einen Quatsch erzähle und du nicht einverstanden bist, dann komm noch mal zu mir und dann reden wir darüber. Dann brauchst du vielleicht auch einen langen Atem mit mir, um mir zu erklären, was du nicht so toll gefunden hast bei mir. Aber Gott sagt mit jedem, langmütig zu jedem, das ist meiner Meinung nach eine der schwersten Aufgaben, die uns Gott hier in diesem Vers stellt. Aber wie wird das wieder praktisch beim Thema Football? Ich gehe noch mal hier hin zurück. Was ist, wenn der Typ mit dem Ball derjenige ist, der gerade richtig Probleme hat, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, der nicht mehr weiß, wie er den Tag morgen überhaupt noch schaffen soll, denn ich weiß, wie er den ganzen Tag heute verbringt, wie es wieder dunkel wird, bis er wieder schlafen gehen kann. Oder was ist, wenn der Typ rechts mit dem Ball der ist, der vielleicht gerade Mist gemacht hat, der gerade etwas gemacht hat, was biblisch nicht korrekt ist und du es weißt, dann bist du der Typ auf der linken Seite und dann hast du die Verantwortung von Gott heute bekommen, spätestens heute, zu sagen, ich block den, ich helfe dem, ich halte dem den Weg frei. Das geht nicht darum, den Typen hier im Schwarz durchzulassen und zu sagen, jetzt hast du gesündigt, jetzt seh mal zu, wie du klarkommst mit dem. Das ist nicht Gemeindeleben. Das können wir alle machen, das ist nicht schwer, aber Gott fordert uns auf, weil wir denselben Vater im Himmel haben und weil wir an denselben Jesus Christus glauben, der uns befreit und erlöst hat, fordert er uns auf, in den schwierigsten Momenten für die anderen Leute da zu sein. Und wenn du derjenige bist, der gerade Bock gebaut hat oder gerade ein bisschen Mühe hat in seinem Leben, dann sei dankbar für denjenigen, der vorblockt, der da ist und der dir vielleicht hilft, dass die Probleme und die krassen Sachen vom Leben nicht gerade so heftig auf dich einschlagen. Ich möchte enden. Ein gottgemäßes Gemeindeleben, es funktioniert. Es geht. Gottes Idee dabei ist, dass sich jeder einbringt von uns, dass jeder bereit ist, sich opfern, um dem anderen Mann den Rücken freizuhalten. Dass er sich so einbringt, wie wir es heute gelesen haben und wie es besonders in Vers 13 steht, wo steht, lebt im Frieden miteinander. Das ist Gottes Ziel. Und Gott sagt, ihr werdet einander erkennen an der Liebe, die ihr füreinander habt. Und hier wird es praktisch. Amen.